Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Julian Zietlow. Ja, Kate Zietlow hat ein neues Q&A gemacht. Sie hat einige Fragen beantwortet zu der Beziehung, zu ihrer Einstellung, all das, was uns interessiert. Auch Alina ist mir so ein bisschen vorgekommen. Ich habe ja letztens schon mal ein Video gemacht. Und es waren tatsächlich so viele Fragen und so viele Antworten, die ich als relevant eingestuft habe, dass ich mir so gedacht habe, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Video zu machen. Und was Kate für Fragen gestellt bekommen hat und was ihre Antworten waren, das erfahrt ihr jetzt. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Lehnt euch zurück, holt das Popcorn raus, denn ich glaube, ich habe sehr viele interessante Fragen rausgesucht, die ich euch heute vorlesen werde. Also ihr kennt das Spiel, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich werde einige dieser Fragen schon direkt übersetzen. Und manche werde ich auch vielleicht einfach so stehen lassen, weil ich sie irgendwie gar nicht kommentieren möchte. Und genau, es sind einige Sachen, ich muss mal gucken. Doch, 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 es sind schon einige Sachen. Und ja, wir gucken mal, was wir heute alles neu erfahren über Kate und Julian Zietlow. Die große Liebe beidseitig. Ja, also Kate hat die Frage gestellt bekommen, oder besser gesagt, sagt jemand, dass Julian unattraktiv ist, was ich jetzt übrigens gar nicht finde. Ich fand ihn noch nie unattraktiv. Und dass sie doch ehrlich sein soll, dass sie ihn ausgewählt hat, wegen der Kohle, die er verdient. Ja, das wird ihr quasi ja immer unterstellt, dass sie nur mit ihm zusammen ist, wegen der Kohle, weil er ja sehr vermögend ist und wahrscheinlich auch immer noch viel Geld verdient. Denn auch wenn er jetzt seinem Highest Excitement folgt, laufen ja die Firmen trotzdem weiter. Er ist Geschäftsführer, insofern dürfte der Rubel rollen. Ja, und da hat sie darauf geantwortet, Julian Zietlow ist der schönste und heißeste Mann für mich. Ja, ich glaube, dass sie damit auch nochmal so ein bisschen betonen möchte, dass sie ihn nicht deswegen ausgewählt hat, also dass das keine finanziellen Gründe hat. Dann die Frage, wirst du zurück nach Thailand gehen, um dort zu leben? Ja, aktuell ist sie in Dubai, also aktuell, wo ich jetzt gerade dieses Video drehe. Ich weiß nicht, ob man sich das veröffentlicht, ob es hier noch da ist. Aber aktuell ist sie in Dubai bei Julian und da sagt sie, natürlich, aber nicht jetzt. Das passt ja mit dem zusammen, was sie schon mal gesagt hatte. Oder ich glaube, auch er hatte das schon mal so ein bisschen bestätigt, dass er ja auch nach Dubai gehen wollte. Nee, nicht nach Dubai, sondern nach Thailand, weil sie dort quasi gemeinsam leben wollten. Und irgendwie auch mal so ein bisschen das Thema Hausbau, Hauskauf, whatever, im Gespräch war. So, dann geht es hier weiter. Glaubst du, Alina ist eine wunderschöne Frau und eine gute Mutter? Also da muss ich mir auch mal so, dann denke ich mir auch mal so, was sind denn das für Fragen? Also jetzt mal ernsthaft. Was ist das für eine Frage? Also ich lese euch das jetzt natürlich vor, weil ich mir vorstellen kann, dass es euch jetzt irgendwie interessiert, weil wir auch mal darüber sprechen müssen. Aber dass fremde Menschen, sie fragen, ob sie glaubt, dass Alina, also die Ex-Frau von ihm, eine gute Mutter ist, eine schöne Frau. Und dann hat sie geantwortet, of course. Also ja, natürlich. Also erstmal ist es ja nicht relevant, wie Kate das einstuft. Und keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Dann die Frage, das ist sehr relevant. Wieso zeigst du deinen Sohn im Internet, im Internet, ich bin schon so fertig, im Internet, hast du keine Angst vor, Punkt, Punkt, Punkt. Damit ist natürlich die Frage gemeint, warum sie ihr Kind im Internet zeigt, weil das ja gewisse Risiken mit sich bringt. Wenn man ein kleines Kind oder sein Kind generell im Internet zur Schau stellt, das kann sofort zweckentfremdet werden. Ihr wisst, was ich meine. Darknet und alles ist ein sehr großes Thema. Insofern verstehe ich diese Frage. Ihre Antwort heißt nicht, also mein Kind nicht zeigen bei Instagram oder mein Kind generell nicht zeigen, heißt ja nicht, dass ich das Kind davor nicht schütze. Und das finde ich schwierig aus meiner Perspektive. Also natürlich steht es mir jetzt nicht zu, für sie die Entscheidung zu treffen, ob sie ein Kind im Internet zeigen soll oder nicht. Das ist meine, das ist ihre Entscheidung. Wenn ich Kinder hätte, ich würde sie nicht zeigen. Und dann hier zu sagen, naja, ich schütze meinem Kind ja nicht davor, wenn ich es nicht im Internet zeige, ist halt irgendwie so. Also natürlich kannst du dein Kind nicht vor Gefahren dieser Welt schützen. Und natürlich kannst du auch dein Kind nicht davor schützen, dass es vielleicht mal mit Menschen Kontakt hat, die da irgendwelche Interessen haben, die unterirdisch sind und auch strafbar. Aber natürlich kannst du dadurch verhindern, dass Aufnahmen von deinem Kind gescreent werden und irgendwo im Darknet landen und dann zweckentfremdet werden von irgendwelchen Leuten, die das einfach toll finden. Davor kannst du dein Kind schon schützen. Insofern finde ich diese Antwort ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, weil ja, du kannst das Kind nicht vor allem schützen und auch nicht vor dieser einen Thematik, weil vielleicht, keine Ahnung, wird es irgendwie auch am Strand heimlich fotografiert und du kriegst es gar nicht mit. Kann alles passieren, ja. Aber hier geht es ja explizit um etwas, was du beeinflussen kannst. Und dann zu sagen, nee, finde ich schwierig. Aber gut, ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet, muss ich sagen, weil ich will jetzt hier nicht der Moralapostel sein, aber auch, dass sie da das Kind da nicht angeschnallt hat fahren lassen, da mit ihrem Auto auf dem Vorderen setzt. Und dann kommen wieder die Leute und sagen mir so, ja, in Thailand ist das aber erlaubt. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es erlaubt ist. Ich weiß, dass in Thailand generell irgendwie niemand angeschnallt fährt, aber es ist ja trotzdem eine Entscheidung, die du triffst. Also nur weil etwas vielleicht erlaubt ist oder nicht verboten ist, heißt das ja nicht, dass du es machen musst, wenn es eine Gefahr für dein Kind ist. Womit wir auch wieder beim vorherigen Thema wären. Aber gut, die nächste Frage, kannst du dir vorstellen, in Deutschland zu leben? Und da sagt sie, ja, natürlich, ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Ich glaube, dass sie da auch sehr flexibel ist, was den Wohnort betrifft. Hauptsache Julian ist dabei. Und damit sind wir auch nochmal bei der nächsten Frage. Das haben wir so eine ähnliche Frage, haben wir schon mal gehabt. Hast du den Vater deines Sohnes für Julian verlassen? Und diese Frage hat sie mit Ja beantwortet. Dann die Frage, und ich glaube, die lassen wir teilweise mal so stehen. Ihr könnt euch das ja mal durchlesen. Sie wird gefragt, wie sie den Fakt findet, dass er, also dass Julian Alina im Vorfeld betrogen hat. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet denn betrogen? Also hat er sie mit anderen Frauen generell betrogen? Oder wird hier davon gesprochen, dass er sie mit Kate betrogen hat? Also es stehen da jetzt noch mehrere Sachen im Raum. Ja, da bezieht sie aber, wie ich finde, jetzt nicht so hart Stellung dazu. Und irgendwie sozusagen, I support my love with anything ist irgendwie so, okay, ja, ich supporte meine große Liebe auch bei allem. Ja, ist schön und gut, aber das war ja jetzt hier nicht so die Frage. Ja, du wirst ja eine Meinung dazu haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird sie auch keine Meinung dazu haben. Weil ja die Liebe von den beiden, wie wir schon wissen, ja auch generell sehr offen ist. Und das ja sowieso nicht so eine große Rolle spielt, ob er jetzt was mit anderen Frauen hat oder nicht. Obwohl er ja mit ihr zusammen ist. Insofern dürfte das für sie ja eh kein Problem sein. Aber irgendwie ist diese Frage und auch die Antwort so ein bisschen komisch. Und hier würde es Julian stören, wenn du etwas mit anderen Männern hast. Und da sagt sie, ja, das ist das Einzige, das ihn verletzen kann. Okay. Das finde ich halt immer so schwierig. Ich finde es irgendwie so schwierig, wenn du halt, also er erlaubt es ja irgendwie ihr. Aber scheinbar weiß sie, dass es ihn verletzen würde. Deswegen macht sie es ja wahrscheinlich nicht, weil sie ja immer gesagt hat, sie macht es nicht. Aber für ihn ist es irgendwie okay. Ich finde das dann immer schwierig, wenn man für sich Sachen einfordert. Wo man bei den anderen eigentlich sagt so, naja, eigentlich kannst du das schon machen. Aber irgendwie würde es mich verletzen. Also würde sie es ja nicht sagen, dass ich mich verletze. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja dann so ein bisschen, keine Ahnung, so Manipulation durch Schuldgefühle. So nach dem Motto, ich erlaube es dir. Aber es trifft mich, wenn du es machst. Keine Ahnung, finde ich schwierig. Aber ich glaube auch einfach, dass dieses Beziehungsmodell nicht mein Modell ist. Und deswegen macht meine Argumentation aus meiner Perspektive vielleicht schon Sinn. Aber nicht bezogen auf die Perspektive, was die beiden miteinander haben. Was haben wir hier noch? Glaubst du, dass deine Eltern stolz sind, dass du so eine Punkt, Punkt, Punkt bist? Ich finde diese Frage, sagen wir es mal so, ich finde die Frage interessant, aber ich lese ganz oft, was sagen wohl die Eltern über Person XY und sind die Eltern stolz? Und sie sagt, es ist mir quasi egal, ich habe mir keine Gedanken darüber. Ich bin eine unabhängige Frau, wenn sie es ja anders formuliert. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, was andere Menschen denken. Oder ich bin nicht für die Gedanken anderer Menschen verantwortlich. Und diese Antwort, muss ich ehrlich sagen, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich auch immer so diese Devise lebe. Also sage ich es mal ganz offen. Mir ist zum Beispiel egal, ob meine Eltern stolz auf mich sind. Ja, weil ich muss ja mein Leben leben und ich muss mit meinem Leben happy sein. Und das ist so generell die Einstellung, die ich mit mir rumtrage. Also ich gestalte mein Leben nicht so, dass meine Eltern am Ende des Tages glücklich damit sind oder stolz auf mich. Wenn das ein Nebeneffekt ist, dann umso besser. Und wenn das nicht so ist, dann ist okay, einfach aus dem einfachen Grund, weil es ja nicht, ich lebe ja nicht dafür, um andere Menschen glücklich zu machen oder um andere Menschen stolz zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Insofern finde ich diese Frage interessant und ihre Antwort tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht so unschlau an dieser Stelle. Mal gucken, was wir noch für Fragen haben. So, also Julian darf quasi was mit anderen Frauen haben und dir ist es nicht erlaubt, was mit anderen Männern zu haben. Ja, also dann sagt sie halt nochmal, dass sie das halt einfach auch gar nicht will. Ja, also dass es ihr aber erlaubt ist. Also es ist ihr alles erlaubt, was sie sich wünscht, aber sie möchte es nicht. So, das hatten wir ja vorhin schon. Dann die nächste Frage, bezahlt Julian auch deine Brust-OP? Sie hat wohl irgendwie eine OP im Juni, ich glaube 3. Juni oder so hatte sie gesagt. Und da sagte sie, ich bezahle alles selbst mit unserem Geld. Also our money bedeutet doch unser Geld. Da stellt mich so die Frage, was ist unser Geld? Wahrscheinlich ist ihr Geld, nee sein Geld, auch ihr Geld und deswegen unser Geld. Ja, aber sie verdient auch Geld. Da kommen wir, ja, auch gleich nochmal drauf. Dann nochmal hier eine Frage, warum vertraut dir Julian nicht genug und lässt sich mit anderen Männern schnackseln sozusagen? Und dann sagt sie drauf, doch, oder er vertraut, also er vertraut sich nicht genug, aber er vertraut, also es geht nicht um sie, sondern es geht darum, dass er sich nicht gut genug vertraut. Und ich glaube, da geht es einfach darum, was wir schon mal hatten, wenn man sich selber nicht vertraut, ist ja die Frage, wie geht man mit der Situation um? Dass er dadurch vielleicht, keine Ahnung, Gedankengänge hat, die er nicht haben möchte und in emotionale Situationen kommt, whatever. Alles ein skurriles Thema. Genau. So, und dann, was würdest du, oder was wäre, wenn dein Sohn Julian nicht mag oder nicht leiden könnte, whatever, und dann sagt sie halt nichts, es ist ihm quasi erlaubt zu fühlen, was immer er möchte, ohne verurteilt zu werden. Und das finde ich in dem Fall tatsächlich eine ganz gute Antwort, muss ich sagen, ja, das finde ich eine ganz gute Antwort, also jedenfalls, wenn ich das richtig übersetzt habe. Und noch eine Frage, ich glaube, dann sind wir auch schon tatsächlich wieder fast am Ende, nee, da geht noch ein bisschen was. Ähm, wie viele, wie viel Kohle hast du schon mit deinem Onlyfans verdient? 17k, sagt sie. Das lohnt sich aber bei ihr, ne? Was haben wir hier noch? Would you love to hug Alina? Also würdest du Alina gerne umarmen? Ähm, also, was ist das für eine Frage? Und sie sagt auch noch, ja, sie ist ein großer Teil, ähm, aus der Vergangenheit meines Soulmates, also meines Seelenverwandten, ähm, ich liebe ihn, was irgendwie auch bedeutet, ich liebe sie auch, so, hm, weiß ich nicht. Also, ja, ich finde jetzt auf der einen Seite, finde ich das immer sehr schön, dass sie so, dass sie so abgeklärt ist und dass sie irgendwie versucht, so mal so alles positiv zu sehen und keine negativen Vibes und keine Einversucht hier und alles ist okay und, ne, aber irgendwie finde ich diese Aussage, ich glaube, das ist halt doch irgendwie ein bisschen too much. Ähm, genau, was habe ich hier? Würdest du auch noch in einer Beziehung mit Julian sein, wenn er kein Geld mehr hatte, äh, Geld mehr hätte, ja? Ja, und das, ähm, bestätigt sie letztendlich. Also, ich meine, jetzt natürlich, kann man natürlich immer sagen, so, pff, man kann viel sagen, ne, ob es am Ende der Wahrheit entspricht, weiß man nicht und, äh, das werden wir in Zukunft sehen, falls ja irgendwo mal kein Geld mehr haben sollte. Äh, letzte Frage, ich glaube, es ist die letzte Frage, Leute, es ist die letzte Frage, wie viele Menschen schauen sich deine Story an? Und da sagt sie, bis zu 250.000 Menschen. Da würde mich mal interessieren, ob das wirklich pro, also, wenn man jetzt so die erste Story anguckt nach knapp 24 Stunden, ob das jeden Tag knapp 250.000 Leute sind, das wäre krass. Das war es erstmal an dieser Stelle, ein kleines Update gewesen zu Julian und Kate Zitlow. Ich freue mich auf euer Feedback, schreibt mir gerne in die Kommentare, ich verabschiede mich für den Moment und sage bis zum nächsten Mal und ich glaube, es wird ein nächstes Mal geben, weil hier froh erst keine Ruhe einkern wird. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.